Im Süden des Irak ist ein Massengrab ausgehoben worden. Dabei handelt es sich um Überreste von rund 300 Kurden, die offenbar unter Ex-Diktator Saddam Hussein getötet wurden. Die Städte befindet sich rund 170 Kilometer von Samarwa entfernt. Iraks Präsident Baham Salah erklärte, dass sein Land nie die Gräueltaten von Saddam Hussein vergessen dürfe. Dieses Verbrechen ist ein Kriegsverbrechen und ein Völkermord gegenüber Menschen, die kein Unrecht begangen haben, außer Kurden zu sein. Das kriminelle und rassistische alte Regime betrachtete sie als eine Gefahr für seine Herrschaft und Macht und vernichtete sie, Männer, Frauen, ältere Menschen und Kinder. Saddam Hussein hatte die kurdische Minderheit im Irak brutal unterdrückt. Mindestens 180.000 Menschen wurden durch seine Anfallkampagne Ende der 1980er Jahre und den Giftgasangriff auf die Stadt Halabja getötet. Muddas 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 commanded